Herzlich Willkommen bei Pegasus. Das Tecaro Evo Envy Belt Automatik ist das wartungsarme E-Bike für komfortables Fahren auch auf längeren Touren. Trotz des sportlichen Designs haben wir natürlich hier wieder auf den Komfort geachtet. Wir haben hier unseren bekannten Evo Rahmen wieder vorgesehen mit der komfortablen Geometrie und wie bei Pegasus bekannt passen hier alle Akkugrößen rein, nämlich der vier, 500 oder 625 Wattstunden Power Tube Akku. Den Akku laden können Sie ganz komfortabel im Fahrrad. Hierzu haben wir die Ladebuchse in einer komfortablen Höhe positioniert oder Sie bauen den Akku aus und laden zu Hause. Angetrieben wird das Tecaro mit dem leistungsstärksten Motor aus dem Hause Bosch, der Performance Line CX mit 85 Newtonmeter aus der vierten Generation. Mit so viel Power und einer perfekt dosierten Unterstützung ist kein Werk zu hoch. Passend für einen Tourenrad haben wir das Kiox Display von Bosch vorgesehen. Neben zahlreichen Funktionen bietet dieses Display unter anderem Navigation an. Sie können Routen ganz einfach planen, Ihr Fahrrad vor Diebstahl schützen oder das E-Bike mit Ihrem Smartphone verbinden. Wir haben hier die bekannte stufenlose Schaltung von Enviolo verbaut, die wie bekannt eine große Wandbreite hat. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, warum soll man noch selbst schalten? Mit diesem Modell wählen Sie lediglich aus, wie schnell Sie treten möchten und die Technik übernimmt den Rest. Dazu legen Sie Ihre bevorzugte Kadenz im Kiox Display fest. Wir haben uns in diesem Fall für die Automatik Plus entschieden. Das bedeutet, dass wir kein extra Schalthebel dafür brauchen. Das bedeutet auch, dass Sie alles über das Bedienteil des Kiox Displays bedienen können. Mit dem Gates Riemen Antrieb haben wir hier eine weitere wartungsarme und lautlose Komponente. Wir haben hier eine hydraulische Scheibenbremse der Marke Tektro verbaut. Wir haben vorne sowie hinten einen Vierkolbenbremssattel. Das Ganze kombinieren wir mit einer 180er Bremsscheibe vorne und 160 Millimeter hinten. Wir haben vorne einen sehr hellen 100 Lux Scheinwerfer verbaut. Hinten haben wir das LED-Rücklicht in den Gepäckträger integriert. Für noch mehr Komfort ist hier der Schwalbe Energizer Plus Performance. Der ist 55 Millimeter breit und bietet exzellenten Pannenschutz. Für maximale Ergonomie verbauen wir hier einen verstellbaren Ahead-Vorbau. Dieser befindet sich auf unserem neu entwickelten All-Up-System. Das All-Up-System können Sie auf jede beliebige Fahrposition einstellen, egal ob Sie sportlich oder komfortabel fahren möchten. Der All-Up ist stufenlos höhenverstellbar und hat eine integrierte Transportdrehung, um das Fahrrad platzsparend zu verstauen. Um dies zu tun, muss der Vorbau komplett herausgefahren und anschließend um 90 Grad gedreht werden. Alles funktioniert selbstverständlich werkzeuglos. Die ergonomisch geformten Ergon-Griffe vermeiden die bekannten Taubheitsgefühle an den Händen und der leicht gekröpfte Lenker unterstreicht die komfortable Sitzposition. Der angenehm weiche Komodoro-Sattel ist ebenfalls eine eigene Entwicklung von uns. Hier war uns ein besonders weicher Sattel auch auf längeren Touren wichtig und das hier verwendete Material ist ein spezielles und nennt sich Hydroform. Die Suntour Mobi 25 Luftfedergabel hat eine Lockout-Funktion und ist auf das Fahrergewicht einstellbar. Mit dem durchgehenden 1,5 Zoll Gabelschaft und einer 15 mm Steckachse vorne an der Nabe haben wir eine sehr robuste und stabile Gabel. Unser stabiler Gepäckträger, der dank der speziellen Anbindung am Rahmen für mehr Steifigkeit sorgt, ist mit dem iRack 2 System ausgestattet. Er ist auch vorbereitet für die Monkey Load Seitentaschen und hat außerdem eine Federklappe. Um auch bei Nässe besten Grip zu haben, haben wir hier Pedalen vorgesehen, die mit einer speziellen Sandpapierbeschichtung bestückt sind. Mit dem Tecaro Evo Envy Belt Automatik haben sie das perfekte Tourenrad. Das ist wartungsarm und komfortabel zugleich. Einer längeren Radtour steht somit nichts mehr im Wege. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!